Willkommen bei Klemmauschleim-Magie, ich bin der Maik und heute stelle ich wieder einen Mock wieder vor und zwar aus Kars, den Ramon. So sieht das aus. Sack, den hat meine Frau nachgebaut von einem Bauplan, den ich anhand von vielen vielen Bildern im Internet mit dem Lego Digital Designer abgebaut habe. Kurz zu den Daten, was haben wir hier? Es sind 516 Bausteine, eine Länge von 32 Noppen, eine Breite von 13 Noppen. Im Bauplan ist das rote Violett, so habe ich ihn auf vielen Bildern gesehen im Internet. Ja, ich habe anhand dieser Bilder, wie schon gesagt, den Bauplan gemacht und da meine Frau ein totaler Kars-Fan ist, hat sie dieses Bauplans nachgebaut. Beim Lego Digital Designer ist die Sache so, dass es nicht ganz logisch ist, wie der zusammenbaut, aber ich finde, er hat er fertig zusammengebaut. Ist auch ein geiles Teil. Ja, guck mal hier. Ist doch voll cool. Hat doch was, oder? Schön, die Flammen hier, ne? Seht ihr hier? Ja, das soll zu diesem Mock erst mal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, freut mich immer. Da sehen wir uns zum nächsten Video. Macht's gut, Freunde! Bis zum nächsten Mal.